Moin Jungs und Mädels und ich bin wieder da bei Dark Souls und das wird nur eine kleine Aufnahme, ich möchte nämlich nur etwas A testen und B würde ich gerne zurück, denn es ist was passiert in Dark Souls, das ist bisher noch nie passiert und zwar sind wir in einer Sackgasse gelandet. Ja, wir sind in einer Sackgasse gelandet, hier geht es nicht mehr weiter, das heißt wir müssen jetzt irgendwie zurück. In dem Sinne würde ich gerne diesen Hydra platt machen. Was ist denn das da hinten? Aha. So, wie gesagt, ich würde gerne diesen Hydra platt machen, aber da möchte ich erst kurz was testen, ich habe da nämlich was gelesen, es gibt ja zwei Möglichkeiten, entweder wir machen die mit einem Trick platt oder wir machen die richtig platt, mit hinlaufen und töten und so weiter. Wir schauen erst mal, wie das so funktioniert, aber erst mache ich dieses Fieder platt, denn ich habe gelesen, dass sie doch was fallen lassen. Na toll. So, komm her. So, wir müssen doch gucken, wie wir den platt machen. Scheiße, Alter. Scheiße. Ja, die Viecher sind stark. Ja, okay. Ach du Scheiße, okay. Na, klasse, ey. Wow. Ja, okay, die müssen wir irgendwie... Scheiße, komm her. Wow. Wow, 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 wow. Scheiße, hätte ich einen Angriff starten können? Komm her. Scheiße. Scheiße. Mist. Ja, okay. Ja, gut, die sind einfach nur fett. Ist kein Problem. Ja, ja, komm her. Nochmal. Ne, wird's nicht. Sehr gut. Nochmal? Ne. Boah. Scheißvieh. Boah. Scheiße. Wow, 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 wow. Mist. Ah. Okay, dann holen wir uns erstmal schnell einen Trank. Genau. Oh, oh, oh. Ah. Ah, scheiße, ey. Hey. Bleibst du hier? Hallo. Bleib hier. Mensch. Ach, toll. Äh, vielleicht kann ich da ja was anderes benutzen. Hier das, äh, Kristallschwert, vielleicht. Wow. Scheiße. Drecksack. Nein. Ah. Ah. Na toll. Ah. Na toll. Ne. Ne, 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 ne. Höh. Höh. Drache, hilf uns. Oh, scheiße. Ah ja, wir können zweimal gleich schnell trinken. Probier mal was. Ja, komm her, du Scheißer. Komm her, du blöder Drecksack. Hey, Mistsack. Komm her. Wäää. Scheiße. Habe ich ihn getroffen? Ne. Ah. Ah. Oh. Ui. Sehr schön. So klappt das natürlich auch. Ah. Kacke. Hey, aber so klappt das wirklich gut. Oh nein. Boah. Kacke. Okay. Letzte Chance. Ah, doch. Jetzt ist er tot. Scheiß Vieh. So, leider lässt er nicht das fallen, was ich gehofft habe. Ah, Mist. Jetzt habe ich das Ding versammelt. Na, egal. So, und zwar geht es mir darum, ich möchte die Hydra töten. Okay, die Dinger lassen wir jetzt immer in Ruhe. Ich möchte die Hydra töten. Äh, die Sache ist, es gibt da zwei Sachen. Einmal können wir die so platt machen. Und andernfalls können wir die, äh, durch einen Trick killen. Ich gucke mal, was einfacher wäre. Ich mache das mal kurz weg. Also, jetzt sind wir doch ein bisschen schneller. Ja, ja, das passt alles. Huch. Ist das unser Zeug? Ja, das ist unser Zeug. Leider nicht von der Hydra. Das Einzige, was die Hydra machen muss, ist drüber springen. Das wäre nämlich der Trick. Und wenn die dann drüber ist, dann rennen wir schnell zurück. Und was dann passiert, ist ein Bug. Auf jeden Fall, die läuft dann hier drüber und stirbt dann. Das ist ein Trick, den will ich jetzt mal probieren. Erzähl damit. Ja, du Ficker. Ja, wunderbar. Wunderbar, wunderbar, wunderbar. Boah, Alter. Das ist ein Drecksvieh. Okay, dann gehen wir mal schnell zurück, weil das wollte ich eigentlich erreichen. Wo ist sie hin? Oh, I see you. Oh Gott. Schnell zurück zum Drachen. Oh Mann, das ist doch weiter als gedacht. Ist das schlimm. Hüffe. Okay, schnell, schneller, schneller. Oh nein. Es kommt. Das Vieh kommt. Wir sind so langsam. Oh, scheiß, Alter. Also der Trick ist es, dass wir mit dem Drachen reden, ans Leuchtfeuer setzen und dann haut das Vieh ab. Und läuft dann über den Sand und läuft dann über den Sand und ich hoffe, dass es dann stirbt. Oh. Du Drecksack. Hüah. Nein. Oh, kacke. Oh nein. Come on. Oh, scheiße, Alter. Okay, komm. So, schnell zum Drachen. Flakens nachholen. Mit dem Drachen quatschen. Die Sackgasse zurücklaufen und ich hoffe, dass die Hydra dann stirbt. Scheiße. Ich hoffe, die haben das nicht gefixt. So, come on. Wunderbar. So, dann kurz mit dem Drachen reden. Ich weiß nicht, ob das unbedingt sinnvoll ist. Komm. Ja, bla bla. So, verlassen. Und tschüss. Dann gehen wir mal zurück. Flakens haben wir wieder. Ich hoffe, dass das klappt. Das wäre super geil. Würde mich ja freuen wie ein Schnitzel. So. Ist die Hydra noch da? Ja, ja. Ja, lauf. Lauf. Du musst nur da rüber laufen. Lauf doch einfach, du fettes Vieh. Wenn das Ding jetzt einfach rüber laufen würde, dann wäre es besiegt. Versteht ihr? Dann läuft es da rüber und dann stirbt es. Komm schon. Ah, komm on. Kann doch nicht so schwer sein. Lauf, du fettes Vieh. Es muss nur laufen. Komm schon. So, dann komme ich dem mal entgegen ein bisschen. Ja, ich glaube, jetzt hat es sich bewegt. Jetzt müsste es nur noch laufen. Ah. Na, komm schon. Will ich einmal einen Trick benutzen und dann funktioniert das nicht, oder was? Komm schon. Bitte, 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 bitte. So. Lauf, du Mistvieh. Komm schon. Willst du es doch? Probieren noch mal was. Ich gehe noch mal kurz zum Leuchtfeuer. Ne, oder? Ah, das ist jetzt die Sache. Komm schon. Jetzt lauf da rüber. Ich glaube, das haben die gefixt. Ich glaube, das haben die wirklich gefixt. Scheiße.